Dank des Tarifsystems des AVV ist Mobilität mit Bus, Tram und Zug einfach, übersichtlich und fair. Für Einzeltickets und Streifenkarten gibt es insgesamt zwölf Tarifzonen. Aus diesen ergeben sich für die AVV-Mobilabos vier Geltungsbereiche und das Zusatzmodul Donau-Ries. Vor allem aber orientieren sich die Tickets eng an den Bedürfnissen der AVV-Nutzer, wie Familie Wagner. Vater Stefan fährt täglich aus der Innenstadt zur Arbeit. Seine Bürohaltestelle liegt genau auf der Grenze zwischen Zone 30 und 40. Dafür reicht ihm das Mobilabo Premium Innenraum Plus, das eigentlich nur bis Zone 30 gilt. Denn Haltestellen, die zwischen zwei Zonen liegen, zählen immer zu der für sie günstigeren. Das Beste mit seinem Mobilabo Premium kann Stefan am Abend und am Wochenende bis zu drei Freunde und vier Kinder mit zum Fußball nehmen. Wenn Mutter Ute Wagner shoppen geht, will sie das Kurzstreckenticket. Mit dem fährt sie bis zu vier Haltestellen weit, auch über eine Zonengrenze hinweg. Den fünfjährigen Till nimmt sie kostenlos mit. Denn Kinder bis einschließlich fünf Jahre fahren im AVV kostenlos. Am nächsten Tag fährt Ute gemeinsam mit ihren Freundinnen ins Café. Mit dem Tagesticket kann sie für einen geringen Aufpreis bis zu vier weitere Personen mitnehmen. Und vier Kinder sogar zusätzlich kostenlos. Ins Café geht auch Oma Irmgard gern. Aber auch für den Weg zum Einkaufen oder in den Park greift sie auf Bus und Bahn zurück. Mit ihrem Mobilabo 9 Uhr kommt sie schon ab 99 Cent am Tag überall hin. Am liebsten besucht sie damit übrigens Enkelin Lisa, wenn diese nicht gerade in der Schule ist. Dorthin fährt Lisa mit ihrem Schülerticket. Finden auch Sie Ihr ideales Ticket mit den Tarifen des AVV. AVV, unser Ticket verbindet.